Hallo Spiele-Fans und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidt Spiele. Heute stelle ich euch das kleine Spiel von Evolution vor. Evolution, der Einstieg ein tierisches Abenteuer. Das ist quasi der kleine Bruder des großen Spiels, aber ist komplett eigenständig und deswegen können wir das große Spiel eigentlich mal beiseite räumen. Worum geht's? Ganz einfach. Ihr lasst Tierarten mit unterschiedlichen Eigenschaften entstehen und versucht so viele Punkte wie möglich zu sammeln, indem ihr sie mit Nahrung versorgt und die Population dieser Tierarten wachsen lasst. Aber kommen wir wie immer als erstes zum Spielaufbau. Legt alle Nahrungschips bereit. Diese 10er-Marker benötigt ihr zu Beginn des Spiels noch nicht. Diese könnt ihr also erstmal beiseite legen, da diese erst benötigt werden, wenn der restliche Nahrungsvorrat aufgebraucht ist. Dann bekommt jeder Spieler einen Sichtschirm und stellt diesen vor sich ab. Was ich persönlich toll finde, ist, dass ihr nicht nur auf der Innenseite eine Kurzübersicht habt, sondern auch auf der Vorderseite. So hat man stets im Blick, wie ein Zug abläuft und welche Dinge als nächstes erledigt werden. Als nächstes legt ihr das Wasserloch bereit, mischt alle Spielkarten und legt diese als verdeckten Nachziehstapel bereit. Und schon kann's losgehen und Startspieler wird derjenige unter euch, der heute als Erster aufgestanden ist. Gespielt wird immer im Uhrzeigersinn und ihr seid abwechselnd am Zug. Und wer an der Reihe ist, führt immer diese vier Schritte aus, die ihr eben so schön auf dem Sichtschirm auch sehen könnt. Als erstes wird ein Spieler also immer für Nachschub sorgen. Das bedeutet, dass er zwei Nahrungschips in das Wasserloch legt. Nahrungschips, die hier noch aus der vorherigen Runde liegen, bleiben einfach liegen. Als nächstes bekommt der Spieler eine neue Tierart. Dazu bekommt er einfach eine Karte vom Nachziehstapel und legt die mit der Rückseite nach oben vor sich hin. Es ist völlig egal, was auf der Karte draufsteht. Diese Karte symbolisiert eine neue Tierart mit der Populationsgröße 1. Und als drittes zieht er drei Karten nach, die er auf die Hand nimmt. Als zweites dürft ihr dann beliebig viele Karten ausspielen. Jede Karte, die ihr nicht ausspielt, nehmt ihr einfach mit in die nächste Runde. Dabei gibt es kein Handkartenlimit für euch. Aber so habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, eine neue Tierart zu erschaffen. Dazu nehmt ihr einfach eine eurer Handkarten und legt diese verdeckt vor euch ab, neben die anderen Tierarten, die ihr bereits besitzt. Auch hier ist es wieder egal, was auf der Vorderseite der Karte ist. Die andere Möglichkeit ist, die Population einer bereits vorhandenen Tierart zu erhöhen. So hätte ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese Karte nicht als neue Tierart ins Spiel zu bringen, sondern zu sagen, diese Tierart wächst jetzt um 1 an und hat jetzt eine Population von 2. Und die dritte Möglichkeit ist es, euren Tierarten Eigenschaften zu verleihen. Und dazu spielt ihr eure Handkarten offen zu den einzelnen Tierarten und legt diese so oberhalb der Tierart ab, damit jeder sehen kann, welche Tierart welche Eigenschaften hat. Jede Tierart darf maximal drei Eigenschaften besitzen. Solltet ihr einmal mehr als drei Eigenschaften legen wollen, müsst ihr zuvor eine Eigenschaft entfernen, um dann eben wieder eine dritte dazulegen zu können. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Eigenschaften im Spiel, die ihr euren Tierarten verleihen könnt. So könnt ihr zum Beispiel eure Tierarten zu Fleischfresser werden lassen. Was wiederum bedeutet, dass diese sich künftig nicht mehr am Wasserloch bedienen werden und dort Nahrung suchen, sondern natürlich die anderen Tierarten jagen und deren Populationen fressen werden. Notfalls vielleicht sogar die eigenen, wenn ihr nicht aufpasst. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure Tierarten fliegend zu machen oder sie nachtaktiv und schnell zu machen. Was wiederum bedeutet, dass sie besser vor anderen Fleischfressern geschützt sind, die nicht diese selben Eigenschaften besitzen. Oder ihr habt die Möglichkeit, mit solchen Fress- und Populationskarten mehr Nahrung vom Wasserloch zu bekommen und damit auch mehr Punkte zu sammeln. Eine genaue Erklärung aller Eigenschaften findet ihr in der Spielanleitung und eine Übersicht über alle Karten findet ihr auf der Rückseite dieser Kurzspielregeln. Als dritter Schritt geht dann das große Fressen los. Das heißt, ihr müsst jetzt eure Tierarten mit Nahrung versorgen. Und dazu bedienen sich die Pflanzenfresser am Wasserloch und die Fleischfresser jagen andere Tierarten. Aber schauen wir uns das doch einfach mal anhand dieses Beispiels an. Diese Tierart hat drei Eigenschaften, die jetzt dabei natürlich auch eine Rolle spielen können. Zum Beispiel hat meine Tierart einen langen Hals. Das bedeutet, dass ich zunächst drei Marker aus dem allgemeinen Vorrat nehme und damit die Population meiner Tierart mit Nahrung versorge. Und wie ihr seht, macht ihr das, indem ihr dann die Nahrungschips einfach auf diese Karten legt. Und meine Tierart hat außerdem eine Fettschicht. Das bedeutet, dass diese Tierart pro Population sogar zwei Nahrungschips fressen kann. Also lege ich hier noch einen zweiten drauf und bediene mich zum Beispiel am Wasserloch noch für diese zweite Populationskarte. Und bleibt eine Populationskarte einer Tierart leer, also wurde dieses Feld nicht ausgefüllt, dann müsst ihr diese Karte ablegen. Und das bedeutet, die Tierart wird kleiner, die Population schrumpft. Tja, und der vierte Schritt ist dann, dass ihr eure Nahrungschips sichert. Das heißt, alle Nahrung, die gefressen wurde, kommt jetzt hinter euren Sichtschirm und diese Chips sind am Ende des Spiels Punkte für euch. Aber wie versorgt ihr jetzt eure Fleischfresser mit Nahrung genau? Schauen wir uns dazu einfach mal ein Beispiel an. Dieser Spieler hat einen Fleischfresser, der auch noch fliegen kann und eine Population von zwei. Jetzt muss er diesen Fleischfresser mit Nahrung versorgen und geht deswegen auf die Jagd. Die einzige andere Tierart, die jetzt noch im Spiel ist, ist meine. Also greift der Fleischfresser meine Tierart an. Das kann er auch, da er eben dieselbe Eigenschaft hat wie meine Tierart, nämlich fliegend. Und dann ist es ganz einfach. Der Fleischfresser reduziert Populationskarte um Populationskarte, bis er satt ist oder bis es keine Tierart mehr gibt. Für jede Karte, die so abgeworfen wird, gibt es für den Fleischfresser zwei Nahrungschips aus dem allgemeinen Vorrat, die er dann auf seine Populationskarten verteilt. Aber denkt dran, ein Fleischfresser bedient sich niemals am Wasserloch. Selbst wenn er noch Hunger hat und keine anderen Tierarten mehr ausliegen, dann muss auch er seine Population reduzieren. Und wenn ihr diese vier Punkte durchgeführt habt, dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn am Zug und so spielt ihr Runde für Runde, bis der Nachziehstapel aufgebraucht ist. Dann mischt ihr einfach den Ablagestapel und legt diesen als neuen Nachziehstapel bereit und spielt die laufende Runde noch zu Ende. Dann werden die Punkte gezählt. Dabei gibt es einen Punkt für jeden Nahrungschip, den ihr hinter eurem Sichtschirm gesammelt habt. Für jede eigene Karte, die ihr auf dem Tisch liegen habt. Das ist egal, ob das Eigenschaftskarten sind oder eben solche Populationskarten. Und einen Punkt für jede Karte, die ihr noch auf der Hand habt. Tja, und wer so die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt. Bei Gleichstand spielt ihr einfach noch eine Partie. Evolution, der Einstieg, ein schönes thematisches Kartenspiel für zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren, das schnell losgespielt werden kann, aber langen Spielspaß garantiert. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pion. 남자チ Solo bis zum nächsten Mal. BOOM. Untertitelung des ZDF, 2020